Servus, die Patchnotes sind gerade angekommen auf dem Testserver und wir bekommen einen neuen Lichtträgerheld, der heißt Morrow. Dann bekommen wir für Morrow natürlich wieder eine Testversion, dann eine Prüfung für ihn und wir bekommen mal was ganz neues und zwar so eine Art Guide Trials Play Mode, also das heißt wir können ihn in verschiedenen Situationen testen mit verschiedenen Teams in verschiedenen Leveln und können uns dann noch Belohnungen dazu abholen. Wie das Ganze aussieht, müssen wir mal gucken, wie das dann morgen auf dem Testserver abläuft. Ich kann dann leider erst abends ein Video dazu machen oder wenn ihr Bock drauf habt, können wir dann noch gerne morgen Abend wieder so ab 21 Uhr in den Livestream reingehen. Dann können wir uns das auch ganz genau zusammen angucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Zeit hätte ich definitiv. Dann bekommt Arton einen Skin, Antandra bekommt einen Skin und die Nummer 3 ist sehr interessant und zwar Spieler, deren resonierter Kristall die erforderliche Stufe erreicht hat. Jetzt ist die Frage, welche Stufe da erreicht wurde, können dann auf den Kristall Tresor zugreifen und seltene Gegenstände abgreifen. Jetzt ist halt die Frage, müsste man mal gucken, wie das gemeint ist, weil deren Kristall die erforderliche Stufe erreicht hat. Welche Stufe? Das ist ein bisschen schwammig beschrieben. Müssen wir uns dann morgen Abend mal mit angucken im Video, im Livestream, je nachdem ihr da Bock drauf habt. Dann bekommen wir ein nettes, zeitlimitiertes Event, The Big Give Back. Keine Ahnung, wie das ablaufen soll, was da ist. Ich habe keine Informationen dazu. Startet am 16., das heißt in fünf Tagen. Hier auf dem Testserver, dann bekommen wir eine neue Reise der Wunder. Wir bekommen eine neue Gottesprüfung, die Windfall George, wie auch immer. Um dieses spielen zu dürfen, müssen wir Kapitel 3530 abgeschlossen haben und wir müssen zu 100% den wandernden Ballon dazu abgeschlossen haben. Okay, Gott. In der Gottesprüfung gibt es dann ein neues Supporter Relikt. Das können wir uns dann auch gerne morgen erst anschauen. Gibt es ja leider noch nicht. Ich habe auch noch keine Bilder dazu gefunden. Dann die Schwierigkeit im Königsturm wurde von den Ebenen 950 zu 1000 abgeschwächt, beziehungsweise die sind leichter gemacht worden, denn wir haben 100 neue Türmchen-Floßebenen dazu bekommen. Ja, ich komme da auf jeden Fall noch nicht hin. Kann mich also... kann mir eigentlich egal sein. Okay. Dann bekommen wir jetzt im Faktionsturm, können wir jetzt bis Ebene 630 gehen in den normalen, also in den Fraktionsturm an sich und die Ebene 570 bis 600 wurde abgeschwächt und auch da bin ich noch nicht. Dann in den Himmelswesen und Unterweltatoren werden die Ebenen 360 bis 390 abgeschwächt, denn wir können jetzt bis Ebene 420 gehen. Das könnte schon eher einige von uns hier interessieren. Dann Punkt 11 finde ich sehr wichtig, wenn die das richtig so umgesetzt haben, wie ich mir das denke, dann ist das auf jeden Fall nice, denn die haben das Hotel ein bisschen überarbeitet, also die Mechanik beim Ziehen. Denn wir können jetzt keine Duplikate mehr ziehen, bevor der Held nicht 9 von 9 erreicht hat. Das heißt, das würde aber vom Prinzip die roten Karten etwas überflüssig machen. Mich würde mal interessieren, wie das wirklich funktioniert. Also ich habe ein paar Helden, die ich theoretisch nicht weiter ziehen möchte, sondern eher mit roten Karten weiter machen möchte. Da können wir das auf jeden Fall probieren. Ich spare jetzt mal und so wie das Update bei uns auf den Leistungen draußen ist, probiere ich das, berichte dann. Aber wenn das so steht hier, dann wird das schon so sein. Ich hoffe zumindest, dass wir die dann komplett durchziehen können bis 9 von 9, ohne rote Karten nutzen zu müssen, beziehungsweise ohne Duplikate ziehen zu können. Ich hoffe, das ist wirklich so gemacht. Wäre natürlich extrem nice. So, bei zwölftens laut Google Übersetzer und zwar der Kaserne wurden seltene Verbesserungsmarker hinzugefügt. Was das genau ist, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, müssen wir uns dann auch morgen mal anschauen. Dann, wenn wir einen Himmelswesen bzw. Untermittler auf 5 Stern haben, dann wurde der ja eigentlich durch rote Kisten ersetzt. Jetzt wird es so sein, dass wir die wahrscheinlich mit Elementarsplitter, also dass wir da Elementarsplitter kaufen können. Ich denke mal, dass der Kurs dafür wieder extrem schlecht sein wird, so wie mit den roten Kisten. Von daher wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Aber ja, mal abwarten. Und der Store dafür wird nochmal refreshed nach dem Update. Ja. Wir bekommen ein, also das Leaderboard wurde erweitert, also für die, ja, sagen wir mal, für die beliebtesten Helden. Das Leaderboard wurde jetzt ein bisschen abgeändert bzw. erweitert. Zwar für die Formation für den Himmelswesenturm, den Untermittleturm und den grotesken Magier. Ne, Untermittleturm gar nicht. Doch, Infernal Fortress, das ist Untermittleturm. Ja. Genau. Für die drei Sachen wurde jetzt nochmal das Leaderboard bzw. für die beliebtesten Formationen, Helden wahrscheinlich, abgearbeitet. Dann die Elementarsplitter, die goldenen und die roten wurden zu den monatlichen Karten hinzugefügt oder Bundles eher gesagt. Montly Card und Deluxe, Montly Card. Okay, das ist das für 5,49 und das für 16 Euro, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, da können wir uns dann aus der Kiste wahrscheinlich dann noch die Dinger damit rausholen. Die Elementarsplitter, die gelben und die roten, die jetzt neu sind für das Glyphensystem. Dann für die Legends Championship Group Formations. Okay, das wird jetzt irgendwie gelockt. Und drei Stunden bevor man, also bevor das Event startet, kann man seine Formation nicht mehr bearbeiten, wenn ich das jetzt hier so richtig verstanden habe. Und mit 17. Ganz ehrlich, Forst Manier Mode has been changed. 3,28. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich kriegen wir eine weitere Ebene in dem Forst Manier. Ich schaue mal kurz bei mir rein. Okay, hier steht bei mir nichts mit 3,28. Keine Ahnung. Also entweder bekommen wir da, geht das jetzt weiter mit dieser Waldmine oder die haben da bloß irgendwas abgeändert. Keine Ahnung. Ja, sorry für das Rumgeeier, aber ich bin eigentlich gerade erst aufgestanden. Ja, okay. Vielen lieben Dank trotzdem. Wir sehen uns in den Kommentaren im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.